Ich sage mal so, wir freuen uns, dass wir alle von uns haben, ab jetzt immer. Dann mal ran, könnte ich ein bisschen heller sein. Dann ist gestartet. Auch bin ich jetzt raus. Ich habe jetzt noch die 6. Ja, das ist noch so, wenn Sie mich wissen. Ich bin gestartet, schnell an. Einen prima Start haben Sie hingelegt. Die Schüler A und am besten, so hat man von hier oben aus gesehen, war es auf den Mittelbahnen. Wir waren in 5 und 6 über dem Boot, der Brandenburger Alter. Aber ein guter Start reicht nicht allein, um hier am Ende ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Man muss auch als erster hier vorhin ankommen. Und zur Zeit und Führung auf der Bahn ist 6. Ilo, Köschle, Rado und Lehmann von den Brandenburger Adlern gefolgt. Von dem Boot auf der Bahn ist 7 von Karotin Berlin mit Nitsch, Romach, Ruhig und Wald. So wie auf der linken Seite von Ihnen auf der Bahn 5 ebenfalls die Brandenburger Adler mit Eider, Fandameer, Puka und Puka. Und jetzt heißt es hier anfeuern, Schiebekraft von Puka aus. Noch einmal. In Zeit, hier spielen Hidderwey. Is das gotta los? Hasta morgen! Hallab! Ich komme eigentlich noch auf, wir sind immer in 7 und 5. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.